so eingestellt 20 milliampere led auf die led aufpassen wenn ich einschalte sie blitzt kurz auf geht aus und dann geht es erst wieder an das ist das komischste regelverhalten was ich bis jetzt gesehen habe so und nach meinen schätzungen zeigen jetzt mal der led oder hammer hängt jetzt dürfte kaputt gehen normalerweise durchgebrannt wie gesagt also die regelung ok für feine last nix und glaube ich bei meinen alten netzgeräten weil die machen das bei 30 volt led 10 milliampere und das macht zymp und es funktioniert vor allem nicht in essen bei dem billigzeug noch ein bisschen basteln